Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich spiele Sean White Snowboarding und ja, dann lass uns doch gleich mal losfliegen, ne? So, äh, wir... Boah. Weile fahren. Europa. Ja, das ist der hübsche Leiterbildschirm. Und juhu! Juhu! Ach, ist doch auch egal, also. Los geht's! Ach, das ist hier. Da oben ist der Heli. Da... Hm, was läuft denn gerade so? Dashboard. Wait that funky music. Äh, mh. Los geht's. Ja, ist gerade ein bisschen laut, finde ich. Hey, solange Sean in deinem Spiel steht, ich geh zur Verfügung. Haha. Ja, die sagt nochmal lustige Sachen. Wuh, los geht's. Und erst mal gleich ein Frontflip fail. Schön. Und juhu! Und juhu! Bail. Au! Boah, geil! Alter, kracker Sprung! Kommt der doch aus? Schau. Ah ja, hier ist ein, äh, Flugzeug. Äh, abgestürzt. So, naja. So gut war auch nicht. Und los. Ich probiere jetzt ab. Okay. Geiler Frontflip, aber ich... Ich will eigentlich mal, äh, Backflips, also Backflips schaffen. Und jetzt... Woho, geil! Und let's go! Woa. Woa. Das waren irgendwie drei Frontflips? Frontflips, haha! BOOM! BOOM! Ach Gott, was war das denn? Hm, ja, ja. Okay, ähm... Ah, ne, das hab ich gar nicht gebraucht. Was ist das denn? Ach, Bail. Oha, Schneemaschine! Snow Machine! Och, kacke. Wuhu, wuhu, wuhu! Schade. Haha, war jetzt zu spät. Au. Ja, das Board ist für dich geil eigentlich. Los, weiter geht's. Okay. Schade. Ähm, gut. Jetzt kann... Kann ich jetzt einfach mal machen, für dich. So, das wird jetzt... äh, rennen. Ich weiß nicht genau, was wir machen müssen. Ah, Gitarren einladen. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich weiß nicht. Okay, Fail. Äh, das war scheiße. Wir mussten da rum. Ich frag mich gerade, wo wir hier lang müssen Ist doch egal, ich sitze hier vorbei Nochmal Das können wir auch besser Ja, geil Ich glaube, ich schaffe das. Ich will nämlich schön viel Geld verdienen hier durch. Jetzt ist es schwieriger. Nein, verpassen. Oh Gott. Schön. Was habe ich? Cool. Weiter. Ich habe noch ein bisschen Geld bekommen hier. Gut, weiter. Ich bin einfach mal... Ach ja, das war... Den hätte ich besser machen sollen. Wuhu! Yeah! Boah, geil. Das läuft gerade. Walking for the weekend. Loverfall. Frontflip. Bail. Gut, da kommt eine Rampel. Jetzt muss ich... Ich will endlich mal einen Frontflip schaffen. Ich mache es einfach so, denn ich fahre jetzt so, so und jetzt... Äh, ich verstehe nicht, wie man das macht. Ich kann eigentlich... Na ja, gut. Ich kann total scheiße den Frontflip, aber... Äh, den Backflip, aber... Ich will den so gerne mal machen. Ich weiß, wie es... Ich weiß, wie es nicht genau geht. Ich frage mich gerade auch mal, wenn ich auch irgendwas machen kann bei der hier. Schade. Okay, yeah. Okay, yeah. Aha. Das Gitarren in den Dingen habe ich keinen Bock mehr drauf zu machen, dass du mich jetzt nicht erregt. Okay, hier waren wir gerade. Oh, schade. Wow, okay. Okay, ähm, gucken wir mal, was wir jetzt machen. Und ja, ja. Frontflips. Aber Frontflips kann ich irgendwie auch am besten. Ich würde lieber Backflips können. Joa, mein Bruder, äh, mein Bruder Mafi-LP, der kann... Und der Fug? Hä? Hallo? Entschuldigung, hä? What? Okay, äh... Das ist fail. Ja... Äh... Ich verstehe gerade nicht, wie man da rüberkommen soll. Okay, weiter jetzt. Ja, das Ding, äh, bringt mich irgendwie nicht zusammen, wenn man da noch nicht rüberhört, äh, ja. Ich heisst... Yeah... Bum! Bum! Bン�utation! B Paste! Bum! Abständisch! Bamm! F.S.C.O.G. Ok ok ja ich muss mal schauen vorher noch mal runter ich kann leider irgendwie nur irgendwie ich weiß nicht warum ich muss mit dem Backflip noch mal üben, aber müssen wir gucken ja das kenne ich auch irgendwie, Control und Jump Wuhuuu Nein Oh Au Fail Ha gegen den Mülltonen Ey das ist ein Board Cool Gut Äh da wir fahren Oh geil Kann man da lang fahren? Wuhuuu kranker Sprung noch mal schön kranker Sprung noch mal schön Äh ich muss da rüber Irgendwie kann ich nur Frontflips aber ich kann auch Ja sowas zum Beispiel Ja sowas zum Beispiel etwas Kork und festgehalten Oder wie das heißt Tweet Alter Das ist mal richtig geil Okay jetzt hab ich was entdeckt Ich kann mit J, I, K und L halt auch noch mal keine Sprung machen Oh what Belt Mute Ach was Das ist doch geil Das ist doch geil Wuhuuu Das ist jetzt Das ist jetzt wirklich mal das geilste was es gibt Transfer alter Und äh la la So ich fahr jetzt nochmal schnell runter Oh What Fuck Oh god Oha Wo bin ich denn hier Das ist ja mega mal Das ist ja mal krass Das ist ja mal krass Ich glaub da oben kann man drauf bloßleiden Haaa Fail Oh du bist so ein Okay die ist dran Ich muss hier irgendwie noch finden Hä No spin better Hä Ich weiß grad gar nicht wie die Ich kann diese Sprünge Also ich war ja auch ins Slowboard Aber diese Sprünge Ja Äh nein Irgendwie kann ich die Die kann ich definitiv nicht Das war schön Ja Joa äh Gucken wir mal Ich bin Ich hab mich abwerfen können Ja der fehlt Frontflip Und keine Ahnung Juhu Juhu Der war schön aber ich weiß nicht warum das für keinen Punkt gibt Und Ja T χ T T T T T Ja, ich muss mal gucken was ich hier zu machen würde Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen Schneebälle anbauen, weil wir nicht gehen. Hallo, lauf mal hoch hier. Lauf! Äh, wo ist ne Heli? Äh, 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 Heli? Heli? Okay, wo ist ne Heli? So, was abschnallen. Schade. Ah, ich finde das viel Pen-Off. Irg, sie ab! Headshot! Äh, backshot! 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 Back... Schade. Ja, los! Mach ihn fertig! Los! Sch... Und! Boah! Ah, der ist so fehl, der läuft ja so, die mich gegen. Aber gehe ich durch eigentlich? Ja, super! Äh... Nee, da kommt schon wieder. Ich muss ja zum Heli zurück, wo ist er denn? Ach, super! Warte mal, da können wir auch hinfahren. Ich muss ja zum Heli durchlaufen, aber... the time is now! Hey! I'll show you how! Hey! I'll show you how! You got to try! Ach, wieso fallen wir nicht einmal mit dem hier rum? Hallo! So, jetzt. Und! Bam! Jetzt! Ha! Geil, der Typ kriegt immer in die Fresse! Schön! Für einen Flirt musst du kurz vor dem Aspekt in den Hocken gehen. Oder bremsen. Au! Ja, jetzt reicht's! Wir haben die Leute genug gehört, nervt. Ey! Hä, wo fährt er hin? Oh, das nervt langsam, wo es ist. Da ist doch das Ding, man. Da sollst du hin! Warte. Lauf da mal hin. So. So, mal laufen wir da hin. Und ich würde sagen, äh, das war's jetzt auch schon von mir. Ja, okay, ich werfe euch jetzt noch 50.000 Mal Ball in die Fresse und jetzt, okay. Okay, das war's von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!